Hallo und herzlich willkommen zu einer vollgetankten Ausgabe PS auf RTS. Aber Diesel im Porsche? Noch vor wenigen Jahren war diese Kombination ebenso undenkbar wie ein Geländewagen im Programm der Sportwagenschmiede. Das 250 PS starke Dieselaggregat passt jedoch hervorragend zum Panamera und macht ihn zu einer sportlichen und gleichzeitig sparsamen Luxuslimousine. Es ist eine seltene Kombination, dass ein Auto edel, aufregend und zugleich sparsam ist. Beim knapp 5 Meter langen Porsche Panamera Diesel trifft das aber eindeutig zu. Der Motor vorne, 4 Türen, einen großen Kofferraum und trotzdem sieht er von vorne wie ein klassischer Porsche aus. Das Design beim Panamera ist sehr gelungen und ändert sich auch beim Diesel nicht. Aussen ist er nur am dezenten Schriftzug auf den vorderen Türen erkennbar. Im Cockpit erkennt man nur am Drehzahlmesser, was für ein Kraftpaket unter der Haube steckt. Der Sound klingt eindeutig nach Benziner und muss auch als Porsche üblich beschrieben werden. Der Innenraum ist, wie von Porsche nicht anders zu erwarten, auf höchstem Niveau. Dies betrifft sowohl die verwendeten Materialien als auch die gebotene Verarbeitungsqualität. Der Panamera setzt sich leichtfüßig in Bewegung. Der laufruhige 250 PS V6 TTI mit 550 Newtonmeter Drehmoment ist eine ansprechende Motorisierung, die den 4-sitzigen Reisesportwagen bei Bedarf in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 kmh beschleunigt und zu einer Höchstgeschwindigkeit von 242 km pro Stunde verhilft, falls man einmal einen Ausflug auf eine Rennstrecke oder nach Deutschland auf die Autobahn fuhr hat. Wenn man sich auf Landstraßen bewegt, ist die Verbrauchswerksangabe von 6,5 Liter Diesel auf 100 km leicht erreichbar, da die serienmäßige Achtgangautomatik sehr gut mit dem Motor zusammenarbeitet. Das Porsche Aktivfahrwerk PASM ist auch im Panamera Diesel serienmäßig. Die Dämpfeigenschaften können auf Knopfdruck verändert werden. Das Fahrgefühl ist erwartungsgemäß Porsche-typisch. Zu erklären ist das schwer. Am besten man geht in eines der österreichischen Porsche-Zentren und probiert dasselbe aus. Der Basispreis des Porsche Panamera Diesel beträgt 90.160 Euro.